Wir waren wieder dabei. Bereits zum sechsten Mal ist unser Reuter-Team beim Mönchengladbarer Firmenlauf Run & Fun angetreten. Mit 60 Läufern und Läuferinnen haben wir die Strecke von 5,4 Kilometern erfolgreich gemeistert und den Abend dann gemeinsam ausklingen lassen. Ob im Job oder auf der Strecke, wir gehen mit vollem Einsatz an die Sache heran. Also die Firma Reuter ist ein Team. Jeder zieht hier am gleichen Strang und es ist egal, ob es im Kontrollding oder in der Dispo oder im Lager ist. Jeder hat hier ein Ziel und das ist, mit dem Unternehmen nach vorne zu kommen. Wir nehmen alles sportlich und wir haben natürlich auch einen Ehrgeiz und den wollen wir auf die Straße bringen lassen. Wir geben uns meistens bescheiden. Ich möchte heute erstmal besser als meine andere französische Kollegen sein. Mit Deutschen habe ich keine Konkurrenz gebaut, aber als Weltmeister wollen wir immer die Besten sein. Und manchmal ein bisschen verrückt. Wir sind immer liebenswert. Also bei uns im Büro haben wir heute spontan eine Blätter abgeschlossen, dass wir für alle 10 Sekunden, die wir schlechter sind als das Jahr zuvor, 5 Euro an einen guten Zweck strecken. Aber vor allem halten wir zusammen. Die Kollegin aus dem Einkauf hat mich motiviert. Die hat letztes Jahr mitgemacht und auch die Jahre davor. Und ja, sie war eigentlich meine Motivation. Die hat immer gesagt, komm, wir ziehen das jetzt durch. Ich bin ihr sehr dankbar. Für uns gilt, nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Ich bin nächstes Jahr wieder mit dabei. Ich werde mich natürlich noch mehr vorbereiten. Und ich hoffe, zumindest die gleiche Zeit erreichen und wahrscheinlich noch besser. Und gemeinsam ist einfach alles besser. Ja, die Kollegen waren auch unterwegs und haben natürlich mich auch motiviert und immer gesagt, inna, los, nicht aufgeben. Das war auch gut. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt Raumsache angekommen, hat mega Spaß gemacht, ein superer Event. Ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft mehr.